Dann leb mit mir. Bleib bei mir. Ich hab nicht das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Du bist da ganz allein. Ich werd schon hier kriegen. Hast du gesehen, wie es im Südwesten ist? Die absolute Wüste. Und denk doch an all die Irren, die da rumrennen. Dann versprich mir, dass du den Highway nicht verlasst. Bitte, die dürfen mich nicht verletzen. Siehst du, das ist dein Messer. Das ist genau wie beim Schweineschlachten. Entschuldigen Sie bitte. Meine Verlobte ist vor ein paar Tagen hier durchgekommen. Die Pussy, die du uns ausgeholt hast, können wir nicht hier lassen. Da wird grad so ne taube Frau vermisst. Ja. Sieht echt gut aus. Könnte genau dein Typ sein. Was für kranke Spiele treibt ihr mit uns? Das ist kein Spiel. Mein Liebling ist nach Hause gekommen. Um Himmels Willen, das... Was hab ich schon mal gesehen? Ohne Seele. An Strecken gezogen, wie eine Marionette. Auf jeden Fall hat er etwas an den Jagdbogen und zieht damit auf unsere Ärsche. Wir wollten zusammenziehen, weil Teil waren. Hast du dir wehgetan? Du warst in Begleitung von deinem großen Apachen-Holp. Aber du warst nicht mehr allein. Das Blutvergießen wird erst enden, wenn der letzte Tod ist. Du wolltest nicht attacken. Wir geben sie ihm! Sieben kleine, acht kleine, neun kleine Indianer. Das Blutvergießen wird erst enden, wenn der letzte Tod ist.